Alter, die machen ja den Lärm. Die Lärm ist in der Spätsin. Also Autos haben wir dann genug zum Wegfahren. Ach da. Ne, drunne. Tango auf dem Dach, Tango auf dem Dach. Entschuldigung. Sauber hier drüben. Tum, tum. So, waren das jetzt alle? Wie ist das nicht? Wir müssen doch eh hier rüber, ne, zu denen. Was haben wir denn hier noch so schön jetzt? Finden Sie den Computer des Wächters. Heißt jetzt, jetzt müssen wir einen Computer suchen. Oh Gott. Tum, 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 tum. Kein Computer. Hier oben ist ja ein Stern, ne? Ah. Ja, den hatte ich schon. Ah, ich hab das PC, glaub ich. Ist er hier auf dem Wachtturm oder was? In so einem größeren Gebäude neben dem Wachtturm. In so einem größeren Gebäude neben dem Wachtturm. Hoffentlich ist was brauchbares dabei. Ach ne, der Orden ist ganz oben drauf. Ah, okay, alles klar. Ja, ganz, ganz oben. Ich dachte, du meinst jetzt den Computer, der grad gelegt wird. Nein. Bei dem vielen Geld sollte man meinen, das Kartell macht schönere Orden. Ja. Puh, na, 6, 7 Anläufen. Hehehe. Endlich geschafft. Gut. Hurra. Ich muss mal die Munition noch mit. Ach, das müssen wir doch besser machen, jeder. Ja, ja. Zumindest ich. Ja, ich auch. Ich muss mal gucken, ob ich irgendwie ein Gewehr kriege, das zumindest mehr Präzision hat. Okay. Oder ich muss auf weniger Streuschuss skillen. Das kann auch sein. Möp, möp. Möp, möp. Hey, ich hab... Hey, ich will doch hier... Möp, möp. 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 Ups, das ist ja die Waffe. Oh! Hier drüben gibt's einen langen Lauf für ein Scharfschützengewehr. Das könnte was für dich sein. Wollen wir da hin? Moment, ich muss nur meine Farbe ändern, hier. Alles wird schwarz. Wichtigste, dass so ist, sind sie jetzt immer hin. Dann fahre ich mal. Ach du bist, ach du. Ich war auf dem Beifahrersitz. Also, Mephisto, wo möchten sie hin? B. Alles klar. Jawohl. Aber hier ist ein Rebellenlager mit dem Hubschrauber. Wollen Sie den Hubschrauber nehmen? Ist glaube ich nicht so weit mit dem Auto, oder? Ach so. Außerdem hat es mehr Stil, Sir. Ja, all of it. Guck mal, ich drifte. Ja gut, mit dem Auto. Dann wollen wir mal gucken, ob wir für dein Scharfschützengewehr nicht einen langen Lauf kriegen. Dann kannst du noch weitere Schüsse machen. Ich kenne eine Abkürzung. Ich klagere jetzt. Ich schaue wieder. Ich kenne euch noch ein Besuch. Ich mache das Schatz. Ich mache das Schatz. Sie machen Sie das arg. Ich mache das Schatz. Ich mache das. Zur Zuladung der Drohne Die es ermöglicht Einen Kameraden wiederzubeleben Mit einer Drohne Mit der Drohne Leute wieder Ach wie cool Das ist aber epische Fertigkeit Erfordert den ersten Rang In allen Waffenfertigkeiten zum Beispiel Oh Okay Dann schickt man immer seine Drohne rum Um Leute wiederzubeleben Erfordert Sie erholen sich schneller Die haben hier wieder einen Alarm Ich glaube zwei Stück Ja, zwei Stück Hier ist ein Zikario Dicht im Geschütz Da springen sie einen der Stationen ein Oh, ja Schön Oh nein Das ist ja das Wo wir dann reintreten müssen Ach nö Oh, das Da brauchen wir Oh, die haben ein Kampfheli Die haben ein Kampfheli hier Oh, schön Hey, wir haben eine NATO Am Schießstand Da ist ein Luftabwehrsystem Alter, so weit komme ich gar nicht Mit der Drohne Ach, du räumst schon auf Okay Ich will das mal zur Stromanlage gehen Das ist alles auszuschalten Das sind Rebellen Die können wir wieder befreien Hier direkt nebenan ist einer der Leuchtpatrouille Hier unten ist der Stromkasten Ich habe jetzt zwei Sikarios Ich sehe niemanden Nein Das ist Wie 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 Ach Mann Lass mich durch Danke Oh, Alter Da geht doch wo alles schief Hat der die Drohne gesehen, oder was? Nee, mich Achso Wie Alter, lass dich töten, Lidl, lass dich töten, Lidl, lass dich töten, Lidl, lass dich töten. Na gut, gut, okay, hast recht. Das können wir viel, viel besser. Ach Gott. Kamerals. Konzentration. Die kommt beim Tatjana. The Sound of Summer, the ultimate beach party. Was, du gehst jetzt am Strand? Ja, das war geil. Hey, hier ist eine Gruppe Sicarius, beim Lagereingang. Das war Drohne jetzt oben. Genau, das müssen wir ja sprengen hier, genau. Da oben ist einer drauf. Was, wo ist der Generator? Oh, irgendwo hast du den Generator entdeckt, aber ich weiß nicht wo. Ich zähle fünf. Da hinten. Ach da. Hast du? Da ist ein Luftabwehrsystem. Ja. Da muss man erst mal hinkommen. Ein Dreckser Quieniger. Da new Talent. Ja. 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 Hier ist dein Sicario. Sag mir, wo? Beim Geschütz. Hey, wir haben einen Narko, dicht am Raketenwerfer. Wir setzen eine Markierung, damit die Rebellen den Nachschub finden. Okay. Strom ist abgestellt. Schön. Ich glaube, das Ding haben wir auch in der Luftjagung. Ja, das ist ja ein Luftabwehrsystem. Also noch ist das nicht wirklich schädlich. Es sei denn, wir fliehen mit dem Kampf, Eli. Tango getroffen. Puh. Puh. Bis. Ne, Fisto, pass auf. Ach, das sind die Rebellen. Okay. Okay. Abschluss bestätigt. So, jetzt eine hier hinten noch. Vorne scheint saug zu sein. Sind da hinten noch zwei, ne? Ja. Hm. Gut. Hier drüben ist auch der, der Waffenlauf. Ah ja. Wartet, Waffenkiste entdeckt. Wollte ich schon immer. Hm. Lecker, schmecker. Mehr Schaden, aber Handarbeit. Was? Mehr Schaden, aber Handarbeit? Handarbeit weniger, aber die Reichweite höher. Und der Schaden etwas höher. Okay. Ich probier mal. Und hier gibt es noch jede Menge Zeug, das man abliefern kann. Hm. Ah ja, hier. So, jetzt haben wir hier auch ein paar Verbündete, vielleicht können die uns helfen. Hm. Ja, mal gucken. Ja, ich glaub nicht. Gut, die ersten fahren schon weg. Das, danke dafür. Ja, bitte. Ja, gut. Wollen wir uns mal... Jo, ich hol mir kurz Munition. Okay. Fertig? Fertig? Ja. Ich werfe eine hin, du wirst dann gleich eine rein. Okay. Schön. Ach, scheiße. Sieht man ja gar nicht. Da hat man ja überhaupt nichts gesehen Scheiße, brauche ich doch Infrarot Kann man das irgendwo skillen? Ja Wie cool Wie wäre es, wenn wir uns den Kampfheli nehmen, oben landen und von oben reingehen Müssen wir das nochmal alles machen, oder was? Nee Oder sollen wir es ganz sein lassen? Nein Okay Wir haben das Scharfschützengewehr, alles gut Aber gut Mist, aufgeflogen Fuck Fuck Mann, was ist denn jetzt los? Dieter, ich brauche mal das. Ja, ich sehe es schon. Müssen wir gucken, wie ich hinkomme. Geduld, wie in so einen Sack schrauben habe ich gerade. Und je öfter man stirbt, desto schlimmer wird es. Dann hat man hinterher keine Geduld mehr. Aua. Ja, oh geil. Scheiße, bitte. Komm, Feli. Oh Gott. Okay. Was ist das jetzt oder was? Das war es, glaube ich. Granate fliegt. Hast du schon angefangen oder wie? Nein, ich habe hier das Ding zerstört. Dieses hier Raketenabwehrsystem. Achso, kann das Ding überhaupt da oben landen? Von der Größe her. Ausprobieren. Oh, dieser Blick groß. Ja. Ich glaube, zum oben drauf landen reicht es. Ja, dann hier. Ja. Ja, ja, ja. Ich wollte nur erst mal ausprobieren. Aber gut. Okay. Bist du drin? Okay. Nein. Hä? Was ist hier? Mephisto, ich komme Sobald